die einzige doch die ich jetzt noch einschneide auf so irgendeine abkiste zu besuche ist was an baublöcken so ja da habe ich schmerz genug cobblestone aus dem es muss ich doch nur einer hinlegen ja zwei oder ich lege mich hin eins von zwei ja ich habe kein bett gerade ich habe mein bett steht vor der menschen wer ist denn hier bei mir im haus kommen mit hier so ich habe jetzt noch exakt einen slot frei also wenn noch irgendjemand einen block für mich hat oder was was ich mitnehmen soll ich komme ja hinter dem ding lang natürlich nicht vor allem daco ich dachte du kümmerst dich um deine freunde dort was ist das denn was ist das ich sollte ja diese komische dingsbums fahren bauen hier daco hier ist dein boot ich habe noch ja wir können auch zu zweit in einem fahren war nicht könnten wir auch alle abends auch mal nicht hätten gegönnt wenn sein zeug jetzt zu spawnen wäre ich hoffe du stirbst im enddarkom warum es ist einfach nur ausgleichende gerechtigkeit er ist schon vorgegangen ich bin hier vorne hin vorgegangen creeper ist hier explodiert direkt und hat die silberfische ausgelockt danke für die 48 level ich hatte nicht ich hatte nicht so viele level ich habe meine vergessen schild zu machen egal ihr müsst jetzt vorgehen ich habe kein kein extra herzen dafür leuchtest du aus ich habe kein licht hier so hier geht es sofort jetzt kann ich ausleuchten man baue doch die tür einfach ab die nerven doch eh bloß hier ist eine bibliothek genug bücher co2 ja hier sind ja eigentlich war einfach noch extra bücher drin ja ich höre es knallen da oben ich muss ganz kurz was ich muss mir ganz kurz was wegen der folge notieren das war wichtig oh was war hier drinnen ein bisschen ich habe nur das gold raus genommen hier gibt es ein paar mehr türen und ein paar mehr mobs ich glaube ich weiß wo der raum ist also hier wo ich war ist nix okay das sah halt perfekt so aus bei mir ist hier auch nichts hier ist einfach nur dunkel hm also der ganze rechte abschnitt ist düster äh raus raus ich habe einen blubberfisch gehört kann auch ich gewesen sein weil ich gerade einmal herum geschwommen bin naja so ein kugelfisch der sich aufgebläht hat habe ich gehört hm aber wo ist das scheiße es ist menschen ohne dings gibt es gibt es nein ich glaube nicht wenn ich die erlaubnis kriege kann ich durch die wende gucken nein ich habe es ich habe es ich habe es oben unten kommt mal dahin zurück wo ihr euch runter gebaut habt da geht ein kleiner abzweig lang ja ja und einmal da unten durch ich muss das zubauen hat einen grund ja ich würde sagen einmal bitte betten platzieren ähm ich habe mein eigenes bett mit so äh das ist eine schlechte position für dein bett ja ja gut das eisengelumpe lasse ich hier drin ja das ist eine schöne sache mir wurde gesagt wir brauchen 10 augen ja gut das sind 10 augen na dann haben wir ein problem hat wer noch blaze power dabei ich habe noch enderperlen ne hab ich nicht ne oh ne ne ja komm explodier doch ich ging halt davon aus weil du sagst das 10 stück dass du schon in dem Raum drin warst und geguckt hast wie viele wir brauchen ne 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 das stimmt die Info die muss halt nicht sonst hätte ich dir gesagt wir brauchen 12 ne ich habe auch gesagt mindestens 8 äh 10 das heißt nicht 10 ne 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 doch hier ganz schön unter tage nicht die lava weg machen hast du gerade gemacht macht sie nicht einfach weg vielleicht hast du eine ahnung was ich gerade vorhaben neta portal bauen ich glaube aber nicht dass das reich zählt wir bräuchten eine lava am ende noch du brauchst allein doch schon zehn und hier sind nur neun lavablöcke deswegen brauchen wir haben eine ein obsidian noch oder lava da war irgendwo ein lavasee nein das ist die bibliothek da wollte ich nicht runter ich bin jetzt auch für neun da wollte ich nicht so was fehlt mir jetzt noch alles ein lava oder ein hobby ich gucke gerade unter tage ob ich hier auf die schnelle wat finde ich habe ein lavasee ich bin gerade da ich finde einfach gold läuft z2 die reichen obi oder ja an sich schon aber fehlt doch noch das feuerzeug dafür brauchen wir noch ein flint und ein eisen eisen war oben in der kiste das habe ich extra drinnen gelassen gehabt geht einer holen ich komme schon wieder hoch also du sagst du hast ein obsidian ok dann haben wir soweit das portal fertig wenn ich da wieder hin finde so die kleine bedingung ich gucke mal ob ich jetzt irgendwo auf die schnelle noch flint auf treibe ok dann haben wir jetzt nur noch ein flint flint suchen wird jetzt schwer werden die oberfläche da war doch ich gehe da jetzt nicht hoch ich gucke jetzt hier unter tage daco du bleibst mal in meinem portal ich weiß wo ich hinterher bekomme ich muss nur den hauptraum wieder finden wo wir vorhin waren hier äh kies nice äh hast du ein lach drauf in der spitze hab ein flint perfekt ich bin beim portal ja ja ich war bloß eben stockwerk über euch ok dann beende ich die folge jetzt hier während blaze powder gefarmt wird aus